jawoll leute so der boss also befindet sich natürlich wieder in seinem sportwagen hier cabrio und noch mal konkret ich bin arno dübel boss king of has ja und das ist eine klare sache also wichtig ist hier zu erkennen dass ich natürlich als king of hass eine echte verantwortung habe ja also ich bin ja der könig der hasser und der gehassten und aus diesem grunde denke ich jetzt darüber nach gnädigerweise die gesperrten benutzer user personen wieder freizuschalten ja denn ich möchte den einfach ihren meinungsbereich wieder wieder rück erkennen und ich denke das ist der richtige schritt also jeder soll seine meinung äußern können ja egal wie wie das ganze hier gestrickt ist ja ob da so viel hass mobbing beleidigungen so drin ist ja spielt für mich keine rolle ich bin könig der hasser und gehassten arno dübel boss king of hass und ich werde eventuell diese zehn leute die ich gesperrt habe am wochenende freischalten und denen wieder ihr leben hier zurückgeben so viel gnade darf erwartet werden von mir und ansonsten bin ich jetzt hier in meiner in meinem v6 meine riesen maschine und werde eine runde jetzt zum see düsen und dann paar sachen besprechen zu interessanten grundstücken und dann schauen wir weiter also arno dübel boss aktiv und gibt gas immer alles geben schön hassen mobben aggressionen negative energien alles geben ja alles für den könig für den king king of hass marcus wenzel arno dübel boss